Ach komm, machen wir einen Luftschlag hier. Ich hoffe, ich treffe mich nicht. Easy. Ja, okay, doch nicht so easy. Ah, der Hunderter bleibt. Ja, aber der andere ist weg. Schon mal die halbe Miete. Und ihr seid gleich alle tot, weil der Fünfer stirbt. Ja. Oh, Olaf hat überlebt, das ist stark. Ich meine, ich habe damit auch Walter getötet, aber irgendwann wäre er sowieso dran gewesen. Ach, meiner lebt. Okay. Nee, 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 da lebt gar nichts mehr. Der große Zeh lebt vielleicht noch. Und da ist jetzt ein schönes LoL. Oh nein, das ist ein Bug. Das ist ein Worms Bug. Das bleibt teilweise minutenlang so. Ja, das Wasser fällt sich nicht ganz realistisch, muss man auch sagen. Irgendwann hört es auf. Das ist so unrealistisch. Das ist einfach ein Perpetuum mobile. Also wenn wir Glück haben, hört es auf. Wenn nicht, müssen wir neu starten. Wow, geiles Spiel. Aber ich finde das cool wie die Würmer, das sind durch die Gegend da. Ja, ein bisschen hier hin und her schaukeln. Ja, da spielt es teilweise ein bisschen Buggy. Ah, es wird glaube ich weniger jetzt. Ah, oder noch mehr. Du bildest jetzt die einen. Jetzt wird noch mehr. Alter, jetzt wird es noch mehr. Aber das ist gut. Oh, es wird schneller hier. Ja, aber jetzt hört es auf. Ja, genau. Ja, jetzt ist es vorbei. Pass auf. Ja, ja, ja. Jetzt ist es. Ja, jetzt. Na? Ich habe es auf Aufnahme. Oh, jetzt wird es wieder schneller. Boah. Das Spiel ist so behindert, ne? Ich weiß schon, warum das neueste Spiel von Worms kein Wasser mehr hat. Ich kann es mir schon vorstellen, warum. Aber eigentlich ist das viel cooler mit Wasser. Ah, jetzt. Jetzt. Ne. Nope. Das Problem ist, der Dünne schiebt den Dicken. Und der Dicke macht Riesenwellen. Oh, Alter, was ist denn jetzt? Das ist ein Tsunami. Alter. Oh, Mann. Alter, das ist doch nicht ernsthaft. Oh, vielleicht kriege ich den Stein da oben noch mit weg. Komm schon. Fick dich. Dann könnte es sogar vorbei sein, weil das dann gestört wird. Das Perpetuum mobile. Ja. Drei. Da sind die Jahre später. Oh, Mann, ey. Ist das behindert. Die Folge geht eine Stunde. Meiner lebt aber noch. Ja, das stimmt. Meiner aber auch. Das Schlimme ist, du bist Erster. Ne, der hat kein Leben mehr. Ach, Alter. Deiner ist schon eine Leiche. Die Leichen da unten. Alter. Ich glaube, das hört dann nicht mehr auf. Also, wer jetzt Pinkel gehen muss. Was ich aber so cool finde, wie meint er denn noch mit den Armen rusert? Ja. Ich glaube, das macht der Kleine auch, nur man sieht es nicht. Ja, doch, macht der Kleine auch. Das macht er auch. Jetzt ist es vorbei. Ne. Immer, wenn ich es sage, es wird noch schneller. Ah, jetzt, komm. Komm, jetzt ist es so schnell. Ja, komm, jetzt geht es aber richtig hoch hier. Ja, das ist gut. Wenn es hoch geht, geht es auch wieder tief. Das Problem ist, der eine schiebt immer den anderen. Guck, jetzt schiebt der Dicke wieder den Kleinen. Der ist der Kleine, der Dicke. Der kommt hoch. Aber das Gute ist, wenn ihr Wasser nach oben schleudert, kann das Momentum gestört werden. Junge, wir philosophieren einfach um Wachs. Das ist auch ein geiles Problem. Was, kannst du noch mal einen Satz draus machen? Ne. Ich meinte, wir philosophieren um Wachs. Komm, die Kamera geht die ganze Zeit mit. Und mitschwenken, das ist ja fast wie bei den Wildecker-Herzbuben. Jetzt, oh, jetzt ist Feierabend, komm. Ja, ja. Aber es wird immer witzig eigentlich. Alter. Erster Eindruck vom Spiel. Verpackt, wie scheiße. Verpackt, wie scheiße.